Lass mich damit beginnen, dass Peter Terry heroinabhängig war. Wir waren Freunde im College und blieben es auch, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ja, ich sagte ich. Er ging nach zwei Jahren, in denen er sich immer wieder gerade so durchbiss vom College. Nachdem ich von Schlafsälen in eine kleine Wohnung gezogen war, sah ich Peter nicht mehr so oft. Wir haben uns ab und zu übers Internet unterhalten. Es gab eine Zeit, wo er für fünf Wochen hintereinander nicht mehr online war. Ich machte mir aber keine Sorgen. Er war ein berüchtigter Spinner und Drogensüchtiger, also dachte ich mir, dass er bloß das Interesse verloren hätte. Dann sah ich ihn eines Nachts online. Noch bevor ich eine Konversation in die Wege leiten konnte, schickte er mir bereits eine Nachricht. David Mann, wir müssen uns unterhalten. Das war der Moment, an dem er mir vom No-End-House erzählte. Es hieß so, weil angeblich noch nie jemand das Ziel erreicht haben soll. Die Regeln sind klischeehaft und ganz einfach. Erreiche den letzten Raum des Hauses und du gewinnst 500 Dollar. Das Haus hatte neun Räume. Es stand ein bisschen außerhalb der Stadt, etwa vier Meilen von meinem Haus entfernt. Offensichtlich hatte Peter es versucht und war gescheitert. Er war ein Heroin und wer weiß, was noch für Zeug abhängiger. Also dachte ich mir, dass die Drogen am Wirken waren und er bei einem Papiergeist oder so etwas ausgerastet ist. Er erzählte mir, dass das Haus für alle zu viel wäre. Es sei unnatürlich. Ich glaubte ihm nicht. Ich sagte ihm, dass ich es mir in der nächsten Nacht einmal anschauen würde. Ich brach in der nächsten Nacht auf. Als ich angekommen war, bemerkte ich sofort etwas Ungewöhnliches an dem Gebäude. Habt ihr schon einmal etwas gesehen oder gelesen, das eigentlich nicht gruselig sein soll, aber es dir aus irgendeinem Grund eiskalt den Rücken herunterläuft? Ich lief geradewegs auf das Gebäude zu und das Gefühl von Unwohlsein wurde nur stärker, als ich die Eingangstür öffnete. Der Raum sah aus wie eine normale Hoteleingangshalle, die für Halloween geschmückt wurde. An dem Platz des Rezeptionisten hing ein Schild. Darauf stand Raum 1 hier entlang. Acht weitere folgen. Erreiche das Ende und du gewinnst. Ich kicherte und machte mich auf den Weg zu der ersten Tür. Der erste Raum war fast schon lachhaft. Die Dekoration ähnelte der Halloween-Dekoration aus einem Supermarkt, mit Papiergeistern und elektronischen Zombies, die ein statisches Heulen von sich geben, wenn man vorbeiläuft. Ganz am Ende gab es einen Ausgang. Ich bahnte mir meinen Weg durch die falschen Spinnenweben und erreichte den zweiten Raum. Ich wurde von Nebel begrüßt, als ich die Tür von Raum 2 öffnete. Der Raum erhöhte eindeutig den Einsatz von Technologie. Dort war nicht nur eine Nebelmaschine, sondern auch eine Fledermaus, die an der Decke hing und im Kreis flog. Gruselig. Es schien, als würde ein Halloween-Soundtrack aus einem billigen Laden in Dauerschleife spielen. Ich sah keine Boxen, aber ich vermutete, dass sie eine Beschallungsanlage verwendeten. Ich trat über ein paar Spielzeugratten, die umherrannten und lief mit pochender Brust auf die Tür zum neuen Raum zu. Ich griff nach der Türklinke und mein Herz sank mir bis zu den Knien. Ich wollte diese Tür nicht öffnen. Ein Gefühl von Furcht traf mich, sodass ich kaum denken konnte. Ich dachte nach ein paar Schreckensmomenten logisch nach, machte meinen Verstand klar und betrat den nächsten Raum. Raum 3 war der Raum, in dem die Sachen begannen, sich zu verändern. Von außen betrachtet sah es wie ein normaler Raum aus. Da stand ein Stuhl in der Mitte auf einem hölzernen Fußboden. Eine einzelne Lampe in der Ecke versagte beim Beleuchten des Raumes und warf ein paar Schatten auf den Boden. Das war das Problem. Einige Schatten. Neben dem Schatten des Stuhls waren dort noch andere. Ich war kaum in dem Raum drin, da war ich schon verängstigt. In diesem Moment bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich kam nicht wieder durch die Tür, die ich automatisch versuchte zu öffnen. Sie war von der anderen Seite verschlossen. Hatte sie jemand abgeschlossen, als ich weitergegangen war? Das konnte nicht sein. Das hätte ich doch gehört. War es ein elektronisches Schloss, das automatisch zuging? Vielleicht. Aber ich war zu verängstigt, um wirklich nachzudenken. Ich drehte mich zurück zu dem Raum und die Schatten waren weg. Nur der Schatten des Stuhls blieb und der Rest war verschwunden. Ich fing an, mich besser zu fühlen, als ich den Raum halb durchschritten hatte. Und dann sah ich es. Oder besser gesagt, ich sah es nicht. Mein Schatten war nicht da. Ich hatte keine Zeit zum Schreien. Ich rannte so schnell ich konnte zur anderen Tür und warf mich ohne nachzudenken in den nächsten Raum dahinter. Der vierte Raum war wahrscheinlich der am meisten verstörende, denn als ich die Tür schloss, schien alles Licht herausgesogen zu sein. Ich stand bewegungslos dort, umhüllt von Dunkelheit. Ich habe sonst keine Angst im Dunkeln, hatte ich noch nie, aber ich war absolut verängstigt. Meine komplette Sicht hatte mich verlassen. Ich hielt meine Hand vor mein Gesicht und ich wusste nicht, was ich tat, denn ich sah meine Hand nicht. Ich kann es nicht wirklich erklären. Dunkelheit beschreibt es nicht. Ich begann vorwärts zu taumeln und nach ein paar Augenblicken fing ich an, mein Herz schneller schlagen zu spüren. Es war das Einzige, was ich fühlen konnte, und es war keine Tür in Sicht. Ich war mir nicht einmal sicher, ob es diesmal wirklich eine dort gab. Die Stille wurde daraufhin von einem leisen Summen durchbrochen. Ich fühlte etwas hinter mir. Ich drehte mich schnell herum, aber ich konnte kaum meine Nase sehen. Ich wusste trotzdem, dass es da war. Ganz egal, wie dunkel es war, ich wusste, dass da etwas war. Das Summen wurde lauter und kam näher. Es schien mich zu umschließen, aber ich wusste, dass das, was auch immer dort vor mir war, näher kam. Ich ging einen Schritt zurück. Ich habe noch nie so eine Art von Angst gefühlt. Ich kann pure Angst noch nicht einmal beschreiben. Ich hatte noch nicht einmal Angst davor zu sterben. Ich hatte viel mehr Angst vor der Alternative. Dann blitzten die Lichter für eine Sekunde und ich sah es. Nichts. Ich sah nichts. Und ich weiß, dass ich dort nichts sah. Der Raum war erneut in Dunkelheit gehüllt und das Summen war nun ein wildes Krächzen. Ich schrie, weil ich dieses gottverdammte Geräusch für keine weitere Minute mehr hören wollte. Ich rannte rückwärts, weg von dem Geräusch und tastete nach einem Türgriff. Dann entdeckte ich ihn, drehte ihn und fiel in den Raum 5. Bevor ich jetzt den fünften Raum beschreibe, musst du etwas verstehen. Ich bin kein Drogensüchtiger. Ich habe in der Vergangenheit noch nie etwas mit Drogen oder irgendwelchen Psychosen zu tun gehabt, außer diesen Halluzinationen, die ich bereits erwähnt habe. Und diese hatte ich nur, wenn ich wirklich müde war oder gerade erst aufgestanden. Ich betrat das No-End-Haus bei klarem Verstand. Nachdem ich von dem vorherigen Raum in den nächsten gestolpert war, richtete ich meinen Blick auf die Decke des fünften Raumes. Was ich sah, erschreckte mich nicht. Es überraschte mich vielmehr. Bäume wuchsen in dem Raum und türmten sich über meinem Kopf. Die Decke in diesem Raum war höher als die anderen, was mich auf den Gedanken brachte, dass ich mich in der Mitte des Hauses befand. Ich stand vom Boden auf, entstaubte meine Kleidung und schaute mich um. Es war eindeutig der größte Raum von allen. Ich konnte von meinem derzeitigen Standort noch nicht einmal die Tür sehen. Verschiedene Büsche und Bäume müssen mein Sichtfeld zum Ausgang blockiert haben. Bis zu diesem Punkt dachte ich mir, die Räume würden immer gruseliger werden. Aber das hier war ein Paradies im Vergleich zum letzten Raum. Ich nahm an, dass das, was auch immer im vierten Raum war, dort geblieben sei. Ich irrte mich. Als ich mich tiefer in den Raum begab, hörte ich typische Waldgeräusche, wie das Zirpen von Grillen und vereinzelte Flügelschläge von Vögeln. Das war die Sache, die mich am meisten beunruhigte. Ich hörte zwar die Geräusche von Käfern und anderen Tieren, ich sah diese aber nicht. Ich fing an, mich zu fragen, wie groß dieses Haus eigentlich war. Als ich es mir anschaute, bevor ich es betrat, kam es mir wie ein ganz normales Haus vor. Es war eindeutig eins von der größeren Sorte, aber hier war fast ein kompletter Wald. Die Baumkronen beschränkten meine Sicht auf die Decke, aber ich nahm an, dass sie trotzdem da war, wie hoch sie auch immer war. Ich konnte außerdem keine Wände sehen. Der einzige Weg zu wissen, dass ich immer noch in diesem Haus war, war der Fußboden, der dem in den anderen Räumen ähnelte. Ich lief weiter und hoffte, dass sich nach dem nächsten Baum die Tür offenbaren würde. Nach ein paar Augenblicken fühlte ich, dass ein Moskito auf meinem Arm landete. Ich schüttelte ihn ab und ging weiter. Eine Sekunde später fühlte ich etwa zehn weitere um mein Gesicht herumschwürmen. Ich fühlte, dass sie auf meinen Arm und meinen Beinen herumkrabbelten und ein paar anfingen, sich meinem Gesicht zu nähern. Ich schüttelte mich stärker, um sie alle abzuschütteln, aber sie krabbelten einfach weiter. Ich schaute herunter und begann dann dumpf zu schreien. Ich sah kein einziges Insekt. Kein einziges Insekt saß auf mir, aber ich konnte sie trotzdem krabbeln fühlen. Ich konnte sie um mein Gesicht herumschwirren hören und ich fühlte, dass sie in meine Haut stachen, aber ich konnte keine von ihnen sehen. Ich warf mich zu Boden und fing an, mich schnell herumzurollen. Ich hasste Insekten, vor allem die, die ich weder sehen noch anfassen kann. Aber diese Insekten konnten mich berühren und sie waren überall. Ich fing an zu kriechen. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich eigentlich ging, da weder der Eingang noch der Ausgang irgendwo in Sicht war. Also koche ich einfach weiter und schüttelte meinen Körper aufgrund dieser Phantomkäfer. Nach einer gefühlten Stunde fand ich endlich die Tür. Ich griff nach dem nächsten Baum und zog mich hoch. Ich versuchte zu rennen, aber ich konnte nicht. Mein Körper war aufgrund des Kriechens und des Kämpfens, gegen was auch immer es war, völlig erschöpft. Während ich zitternden Schrittes auf die Tür zulief, nutzte ich jeden Baum auf dem Weg zur Unterstützung. Der Ausgang war nur ein paar Schritte von mir entfernt, als ich es plötzlich hörte. Das leise Summen von vorhin. Es kam aus dem nächsten Raum und hörte sich tiefer an als zuvor. Ich konnte es fast in meinem Körper spüren, als würde man während eines Musikkonzertes direkt neben den Verstärkern stehen. Das Gefühl von den Insekten ließ nach, während das Summen immer lauter wurde. Ich stand bloß da und drückte meinen Kopf gegen die Tür mit der Aufschrift Raum 6 und drückte mit zitternder Hand langsam die Türklinke herunter. Raum 6 war an der Reihe und Raum 6 war die Hölle. Ich schloss die Tür hinter mir. Das Summen umgab mich. Als die Tür ins Schloss fiel, hörte das Summen plötzlich auf. Ich öffnete voller Verwunderung meine Augen und die Tür, die ich gerade geschlossen hatte, war weg. Es war nur eine Wand dort. Geschockt schaute ich mich um. Der Raum war identisch mit Raum 3, mit demselben Stuhl und derselben Lampe, aber diesmal mit der richtigen Anzahl von Schatten. Der einzige wirkliche Unterschied war, dass es keine Ausgangstür gab und dass die Tür, durch die ich hereinkam, weg war. Wie ich bereits sagte, ich litt nicht an mentaler Instabilität, aber in diesem Moment dachte ich, dass ich verrückt geworden wäre. Ich schrie aber nicht. Ich machte keinen Laut. Zuerst kratzte ich an der Wand. Die Wand war solide, aber ich wusste, dass die Tür dort irgendwo sein musste. Ich wusste es einfach. Ich kratzte dort, wo zuvor die Türklinke war. Ich fiel leise auf die Knie und das einzige hörbare Geräusch in diesem Raum war das unaufhörliche Kratzen an der Wand. Ich wusste, dass die Tür da war. Die Tür war da und ich wusste es, wenn ich nur an dieser verdammten Wand vorbeikäme. Geht es dir gut? Ich sprang auf und drehte mich schlagartig um. Ich lehnte mich an die Wand hinter mir und sah, was genau zu mir sprach. Ich bereue bis heute, dass ich mich umgedreht habe. Ein kleines Mädchen. Dieses trug ein weiches, weißes Kleid, das bis zu ihren Knöcheln herunterhing. Sie hatte langes, blondes Haar, blasse Haut und blaue Augen. Sie war das furchteinflößendste, was ich jemals gesehen hatte. Als ich sie ansah, sah ich zum einen das junge Mädchen, aber zum anderen auch noch etwas anderes. Dort, wo sie stand, sah ich etwas wie einen Männerkörper, nur etwas größer als normal und mit Haar bedeckt. Er war von Kopf bis Fuß nackt, aber sein Kopf war nicht menschlich. Es war nicht der Teufel, aber in diesem Moment hätte er es sein können. Dieses Wesen hatte den Kopf eines Schafbocks und die Schnauze eines Wolfes. Es war beängstigend und das Gleiche galt auch für das kleine Mädchen direkt vor mir. Sie hatten die gleiche Gestalt, obwohl sie unterschiedlich aussahen. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, aber ich sah sie gleichzeitig. Sie waren dieselbe Person. Sie teilten sich denselben Platz, aber es fühlte sich an, als würde man gleichzeitig in zwei verschiedene Dimensionen schauen. Wenn ich das Mädchen sah, sah ich das Wesen und wenn ich das Wesen sah, sah ich das Mädchen. Ich konnte nicht sprechen. Mein Verstand wehrte sich. Ich stand nur da und starrte auf das, was auch immer zu mir sprach. Es gab keinen Ausgang. Ich war hier mit diesem Ding eingesperrt. Und dann sprach es wieder. David, du hättest hören sollen. Als es sprach, hörte ich einerseits die Worte des kleinen Mädchens, aber andererseits sprach das Wesen durch meinen Verstand in einer Stimme, welche ich nicht versuche zu beschreiben. Es gab dort keine anderen Geräusche. Die Stimme wiederholte diesen Satz nur immer und immer wieder. David, du hättest hören sollen. David, du hättest hören sollen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich versank im Wahnsinn, aber ich konnte meinen Blick einfach nicht von diesem Ding abwenden. Ich fiel auf den Boden. Ich dachte, dass ich ohnmächtig geworden war, aber der Raum ließ mich nicht. Ich wollte doch nur, dass es aufhört. Ich lag auf der Seite mit weit geöffneten Augen, als dieses Wesen auf mich herabstarrte. Direkt vor mir huschte eine der batteriebetriebenen Ratten aus dem zweiten Raum entlang. Das Haus spielte mit mir. Aber aus irgendeinem Grund sorgte der Anblick der Ratte dafür, dass ich meinen Verstand beruhigte und ich mich in Ruhe umsehen konnte. Und plötzlich war ich wieder entschlossen, lebend aus diesem Haus herauszukommen und nie wieder auch nur an dieses Haus zu denken. Ich wusste, dass dieser Raum die Hölle war und ich war nicht bereit, in dieser zu bleiben. Erst bewegten sich nur meine Augen. Ich suchte die Wände nach irgendwelchen Öffnungen ab. Der Raum war nicht allzu groß, also dauerte es nicht allzu lang, den kompletten Raum abzusuchen. Der Dämon verspottete mich immer noch und die Stimme wurde lauter, während das Wesen wie festgewachsen an seinem Platz blieb. Ich legte meinen Kopf auf den Boden, stellte mich auf alle Viere und drehte mich um, um die Wand hinter mir abzusuchen. Und dann sah ich etwas, das ich nicht glauben konnte. Ich hatte ein großes Rechteck in das Holz geritzt, mit einer kleinen Ausbuchtung in der Mitte. Und direkt vor meinen Augen sah ich plötzlich eine große Sieben, die ich gedankenabwesend in die Wand gekratzt hatte. Ich wusste, was es war. Raum Sieben war genau dort. Ich wusste nicht, wie ich das hinbekommen hatte und vielleicht war es zu dieser Zeit auch nur eine Einbildung, aber ich erschuf eine Tür. In meinem Wahnsinn kratzte ich das, was ich am meisten brauchte, selbst in die Wand. Raum Sieben war so nah. Also schloss ich meine Augen und legte meine Hände auf die große Sieben vor mir. Und dann drückte ich. Ich drückte so stark ich konnte. Der Dämon schrie mir nun ins Ohr. Er sagte mir, dass ich hier nie entkommen könnte. Ich drückte jetzt noch stärker und schrie aus voller Kehle. Ich presste meine Augen zu und schrie, woraufhin der Dämon plötzlich verschwunden war. Ich wurde urplötzlich in Stille zurückgelassen. Ich drehte mich langsam um und sah den Raum, wie er war, als ich das erste Mal eingetreten war. ein Stuhl in der Mitte und eine Lampe. Ich konnte es nicht glauben, aber ich hatte dazu auch gar keine Zeit. Ich drehte mich zurück zu der Sieben und erschreckte mich. Da war plötzlich eine Tür. Nicht die, die ich in die Wand gekratzt hatte, sondern eine normale Tür mit einer großen Sieben darauf. Es dauerte eine Weile, bis ich den Knauf drehen konnte. Ich muss dort beinahe eine Stunde gestanden haben, bis ich endlich tief Luft holte und die Türklinke nach unten drückte. Geistig völlig erschöpft taumelte ich durch die Tür. Diese schloss sich hinter mir und ich bemerkte, wo ich war. Ich war, ich war draußen. Nicht draußen wie in Raum 5, sondern wirklich draußen. Ich rieb meine Augen. Ich wollte weinen. Ich fiel auf die Knie und ich versuchte zu weinen, aber ich konnte nicht. Aber ich war endlich raus aus dieser Hölle. Mir war der versprochene Gewinn inzwischen wirklich egal. Ich drehte mich um und sah, dass die Tür, aus der ich gerade herausgetreten war, der normale Haupteingang war. Ich lief zu meinem Auto und fuhr nach Hause. Als ich dann zu meinem Haus fuhr, fühlte ich mich plötzlich unwohl. Das Gefühl, das No-End-Haus verlassen zu haben, verblasste plötzlich und die Furcht wuchs plötzlich wieder in mir. Ich tat es zunächst als Nachwirkung des Hauses ab und lief auf meine Haustür zu. Ich ging hinein und sofort zu meinem Zimmer herauf. Dann betrat ich mein Zimmer und zu meiner Erleichterung saß auf meinem Bett mein Kater Beskowell. Er war das erste wirklich lebendige Wesen, was ich in dieser Nacht gesehen hatte. Ich näherte mich ihm, um ihn zu streicheln. Plötzlich fauchte er und schlug nach meiner Hand. Ich schreckte geschockt zurück, weil er so noch nie reagiert hatte. Doch dann dachte ich mir, was auch immer, er ist ein alter Kater. Danach ging ich in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Ich stieg die Treppen hinab und drehte mich zum Wohnzimmer. Doch was ich dort dann sah, brannte sich für immer in mein Gedächtnis. Meine Eltern lagen auf dem Boden, nackt und voller Blut. Sie wurden fast bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Ihre Gliedmaßen wurden entfernt und neben ihren Leichen platziert. Das, was mich am meisten beunruhigte, war aber ihr Gesichtsausdruck. Sie lächelten, als wären sie froh, mich zu sehen. Ich erbrach und danach schluchzte ich nur noch. Ich wusste nicht, was passiert war. Wir lebten ja nicht einmal mehr zusammen. Ich war komplett verwirrt. Und dann fiel mir etwas auf. Dort war eine Tür, wo vorher noch nie eine war. Eine Tür mit einer großen Acht darauf, die mit Blut geschrieben wurde. Ich war noch immer in dem Haus. Ich stand dort in meinem Wohnzimmer, aber ich war immer noch in Raum sieben. Die Gesichter meiner Eltern lächelten breiter, als ich dies bemerkte. Das waren nicht meine Eltern. Sie konnten es nicht sein, aber sie sahen genauso aus wie sie. Die Tür, die mit der Acht gekennzeichnet wurde, war an der anderen Seite des Raumes, hinter den verstümmelten Leichen vor mir. Ich wusste jetzt, dass ich weitergehen musste. Die grinsenden Gesichter jedoch brannten sich in meinen Verstand. Sie hielten mich dort fest, wo ich stand. Ich erbrach erneut. Dann plötzlich fing das Summen wieder an. Es war lauter als jemals zuvor und es ließ das komplette Haus und alle Wände erschüttern. Doch genau dieses Summen tritt mich dann zum Laufen an. Ich fing zuerst langsam zu laufen an, dann immer schneller. Ich nährte mich der Tür, aber ich musste über die Leichen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten und umso näher ich meinen Eltern kam, desto schlimmer wurden eigene Selbstmordgedanken. Die Wände wackelten nun so stark, dass es schien, als würden sie bald einstürzen. Aber die Gesichter meiner Eltern grinsten mich immer noch an. Und umso näher ich ihnen kam, desto mehr bemerkte ich, dass mir ihre Augen folgten. Ich stand nun zwischen den zwei Körpern und nur ein paar Schritte von der Tür entfernt. Die abgetrennten Hände krallten sich plötzlich in den Teppich und zogen sich in meine Richtung, während mich die Gesichter weiterhin anstarrten. Eine ganz neue und gänzlich unbekannte Art von Schrecken überkam mich und ich lief plötzlich schneller. Ich wollte nicht, dass sie plötzlich anfangen zu sprechen. Ich wollte nicht, dass sie die Stimmen meiner Eltern hatten. Sie fing an, ihre Münder zu öffnen. In einem Anflug von Verzweiflung stürzte ich vorwärts auf die Tür zu, warf sie auf und schlug sie hinter mir wieder zu. Raum 8 Ich war fertig. Nach dem, was ich durchgestanden habe, wusste ich, dass es nichts mehr in diesem Haus geben könne, dass ich nicht durchstehen könnte. Es gab nichts, auf das ich nicht vorbereitet gewesen wäre. Nichts in dieser Hölle hätte mich noch überraschen können. Zumindest glaubte ich das. Denn unglücklicherweise unterschätzte ich die Fähigkeiten des No-End-Haus. Unglücklicherweise wurden die Dinge in Raum 8 noch viel verstörender, noch viel verängstigender und noch viel unaussprechlicher. Wieder war der Raum eine Kopie der Räume 4 und 6, aber in dem normalerweise leeren Stuhl saß ein Mann. Nach ein paar Augenblicken des Unglaubens akzeptierte mein Verstand schließlich, dass der Mann ich war, der dort im Stuhl saß. Nicht jemand, der wie ich aussah. Es war David Williams. Es war ich. Ich ging näher heran. Ich brauchte eine bessere Sicht auf ihn. Plötzlich sah er zu mir hinauf und ich sah Tränen in seinen Augen. Bitte, mach es nicht. Bitte, verletz mich nicht. Was, sagte ich. Wer bist du? Ich werde dich nicht verletzen. Doch, das wirst du, sagte er schluchzend. Du wirst mich verletzen und ich möchte das nicht. Er saß in dem Stuhl mit nach oben geneigten Bein und fing an, nach vorne und nach hinten zu wippen. Er sah jämmerlich aus, besonders, weil er ich war, identisch in jeder Art. Hör mir zu, wer bist du? Ich war nur ein paar Schritte von meinem Doppelgänger entfernt. Du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen, wenn du hier verschwinden möchtest. Du wirst mich verletzen. Und dann sah ich es. Dieser David, der dort saß, trug die gleiche Kleidung wie ich, nur, dass dort ein kleiner Flicken auf seinem Shirt war, der die Nummer 9 trug. Du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen. Bitte nicht. Du wirst mich verletzen. Ich konnte meine Augen nicht von der kleinen Nummer auf seiner Brust abwenden. Diese Nummer war auf einer Person, auf einer lebendigen Person, auf mir. David musste ich fragen. Ja, du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen. Er fuhr sein Schluchzen unaufhörlich fort, aber ich wusste, er hört auf den Namen David. Er war ich. Er hatte sogar meine Stimme. Ich durchschritt den Raum für ein paar Minuten, während er in seinem Stuhl schluchzte. Dieser Raum hatte keine Tür und ähnlich wie in Raum 6 war die Tür, durch die ich hereingekommen war, verschwunden. Ohne es zu wissen, wusste ich jedoch schon, dass mir Kratzen hier nicht weiterhelfen würde. Ich musterte die Wände und den Boden. Ich steckte meinen Kopf unter den Stuhl, um zu sehen, ob dort etwas war. Und unglücklicherweise war dort tatsächlich etwas. Unter dem Stuhl lag ein Messer. Darauf war ein Schriftzug zu erkennen. Für David von der Geschäftsführung. Ich hatte ein sehr mieses Gefühl in meinem Magen, als ich dies las. Der andere David schluchzte weiterhin. Tausende Fragen schossen mir durch meinen Kopf. Wer hat das Messer hier verstaut? Und woher kannten sie meinen Namen? Es war einfach viel zu viel, um es wirklich verarbeiten zu können. Das Haus und die Geschäftsführung haben die ganze Zeit mit mir gespielt. Meine Gedanken wanderten plötzlich aus irgendeinem Grund zu Peter und ob er es wohl soweit geschafft hatte. Und hatte er auch einen schluchzenden und wippenden Peter Terry auf diesem Stuhl getroffen? Dann verbannte ich diese Gedanken aus meinem Verstand. Sie waren jetzt nicht wichtig. Ich griff plötzlich nach dem Messer. Und sobald ich es berührte, wurde der andere David plötzlich still. David, sagte er mit meiner Stimme, was glaubst du, was du da machst? Ich erhob mich vom Boden und umschloss das Messer fest mit meiner Hand. Ich werde hier rauskommen. David saß immer noch auf dem Stuhl, obwohl er nun sehr ruhig war. Er schaute zu mir hoch, und grinste plötzlich. Plötzlich stand er langsam aus seinem Stuhl auf und schaute mich an. Ich fühlte den Gummigriff des Messers in meiner Hand und umschloss ihn noch fester. Ich wusste nicht, was er vorhatte, beziehungsweise was ich vorhatte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es brauchen würde. Nun, seine Stimme war ein bisschen tiefer als meine, werde ich dich verletzen. Ich werde dich verletzen und ich werde dich hier behalten. Ich antwortete nicht. Ich sprang sofort auf ihn zu und rammte ihn zu Boden. Ich saß auf ihm und schaute herunter, das Messer angriffsbereit. Er sah verängstigt zu mir hoch. Es war, als würde ich in einen Spiegel schauen. Dann fing das Summen plötzlich wieder an, leise und weit entfernt. Dennoch spürte ich es tief in meinem Körper. David schaute zu mir herauf, während ich auf mich selbst herabschaute. Das Summen wurde lauter und ich fühlte irgendetwas in mir zerbrechen. Mit einer Bewegung rammte ich das Messer in den Flicken auf seiner Brust und zog es herunter. Eine tiefe Finsternis erfüllte plötzlich den Raum. Die Finsternis um mich herum war unvergleichlich. Raum 3 war zwar dunkel, aber er kam noch nicht einmal annähernd an das Dunkel dieser verschlingenden Finsternis heran. Nach einer Weile war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich noch lebe. Ich fühlte mich schwerelos, in Dunkelheit gehüllt. Dann überkam mich eine tiefe Traurigkeit. Ich fühlte mich verloren, depressiv und selbstmordgefährdet. Der Anblick meiner Eltern kam mir in den Verstand. Ich wusste zwar, dass es nicht echt war, aber ich habe es gesehen und mein Verstand hat Probleme damit, Schein und Sein zu unterscheiden. Diese Traurigkeit verstärkte sich nur noch. Ich war für gefühlte Tage im Raum 9, dem letzten Raum. Und das ist genau das, was es auch war, das Ende. Das No-End-Haus hat ein Ende und ich hatte es erreicht. In diesem Moment gab ich auf. Ich wusste, dass ich für immer in diesem Zwischenzustand gefangen sein würde, nur in Begleitung der ewigen Finsternis. Ich fühlte mich körperlos und komplett verloren. Ich wusste, wo ich war. Dies war die Hölle. Raum 9 war die Hölle. Und plötzlich sah ich etwas. Ein Licht. Dieses besondere Licht, von dem schon so oft berichtet wurde. Dieses Licht am Ende des Tunnels. Plötzlich fühlte ich wieder den Boden unter mir. Und dann bemerkte ich, dass ich stand. Nach ein oder zwei Momenten kamen meine Sinne wieder zurück und ich konnte wieder normal denken. Langsam lief ich auf das Licht zu. Als ich mich diesem näherte, nahm es langsam eine Form an. Es war die vertikal durchgeschnittene Seite einer diesmal unbeschrifteten Tür. Ich lief langsam durch diese Tür und fand mich an dem Ort wieder, an dem ich gestartet bin. In der Eingangshalle des No End House. Sie war genau, wie ich sie zuvor verlassen hatte. Immer noch leer und immer noch mit kindlichen Halloween-Dekorationen geschmückt. Nach allem, was diese Nacht passiert war, wusste ich trotzdem noch, wo ich war. Auf der Theke lag ein ganz normaler, weißer Umschlag mit einem handgeschriebenen Namen darauf. Neugierig, aber doch vorsichtig, riss ich den Umschlag auf. Darin war ein ebenfalls handgeschriebener Brief. David Williams, Gratulation. Du hast das Ende des No End House erreicht. Bitte akzeptiere diesen Preis als Zeichen deiner großartigen Leistung. Mit immerwährenden Grüßen die Geschäftsführung. Neben dem Brief lagen fünf 100-Dollar-Noten. Ich fing plötzlich an zu lachen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Ich lachte scheinbar für Stunden. Es konnte einfach nicht aufhören. Ich lachte, als ich hinaus zu meinem Auto lief und als ich nach Hause fuhr. Und ich lachte, als ich auf meine Auffahrt fuhr. Ich lachte ununterbrochen. Ich lachte auch, als ich meine Haustüre öffnete. Und ich lachte, als ich die kleine Zähne sah, die in das Holz meiner Haustür geritzt wurde.